Wie bei Muttern? Immer noch zwei Waschmittel? Na, Ariel muss sein. Bis 60 Grad gibt's nichts Besseres. Hier, Peters T-Shirt. Poren tief rein. Warum dann Ariel nicht auch für die Kochwäsche? Schön wär's, aber es geht nicht. Doch, das Kochwaschmittel brauchen Sie nicht. Halt, ich brauche mal! Sie brauchen nur das neue Ariel. Ariel Reinheit für die gesamte Wäsche. Auch für die Kochwäsche? Für alles. Denn Ariel hat die neue Reinweichformel für alle Gewebe. Wäscht schon bei 60 Grad so rein. Wie rein wird dann Ihre Kochwäsche sein? Na? Echt stark, das neue Ariel. Da, die Tischdecke. Poren tief rein geworden. So rein, wie ich's von meiner 60 Grad Wäsche kenne. Ja, jetzt kommt Ariel Reinheit in die gesamte Wäsche. Genau. Bei Muttern nur noch's neue Ariel.